Der Arm wieder eingegriffen, da wäre er fast auf dem falschen Fuß erwischt worden und dann dieser Rückpass, Zach Zill, der sofort abzieht. Das war ein Bilderbuchaufbau, das war ein Bilderbuchaufbau von den Kölner Haimen. Ja mein lieber Mann, schneller und besser kannst du im Eisterküppel aufbauen. Und Matsumoto schließt dann auch leerbuchsmäßig ab. Der Abflachter ist da, immer wieder ein Schuss bereit, nimmt den Schuss jetzt, nein, nimmt den Pass. Und was für ein Save von Weizmann mit dem Skorpion, so nenne ich ihn mal, mit dem rechten Schoner. Irgendwie bringt er da den Schlittschuh noch nach oben. Also das ist ein Top-Tending.